Oh Leute, ey, wir versuchen die ganze Zeit das schon anzumoderieren. Es hat gerade einfach, ich habe gerade anmoderiert und dann habe ich gesagt, herzlich willkommen zu Mutti ist die Beste und Martin hat so die Beste so mit reingesagt. Ich dachte, das ist ja eine coole Idee, so die Beste zu doppeln, wie so ein cooler Backup-Rapper. Wie so ein cooler Rentner. Wie so ein cooler Bober. Ja, fehlt nur noch, dass du auf WhatsApp irgendwie so ein Bild rubschickst. Frohes Mutti ist die Beste Tag. Das hatte schon irgendwie so den Style von irgendeinem Boomer, der so, also nee. Eigentlich hat das eine Vibe von so einem richtig peinlichen Daddy, der dann halt irgendwelche peinlichen Online-Grußkarten auf WhatsApp verschickt. Ja, das war Michael-Humor. Mit so einem trashigen Osterhasen und so. Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, finde ich eh immer am geilsten, diese Grußkarten. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn ich sowas bekomme. So ganz komisch animiert, mit ganz komischen Hintergrundfarben und irgendeiner komischen bunten Schriftart, die dann alles Gute zum Geburtstag oder so sagt. Ich liebe es. Du guckst, was guckst du mich so an? Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob die Ironie rüberkommt oder nicht. Ich habe einfach deine Stimmlage sehr genau analysiert. Und? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ja, stimmt. Aber ich bin auch nicht gut vielleicht darin. Keine Ahnung. Ja, deshalb. Schreibt mal in die Kommentare, kommt Ironie rüber dich. Falls ihr denkt, das war ernst gemeint, dann kommentiert gerne eine Grußkarte. Nein, dann schickt mir einfach eure besten Grußkarten, Online-Grußkarten. Ja? Bitte. Danke. Ich freue mich schon drauf. Eigentlich wollten wir heute über was ganz anderes sprechen. Jetzt werden wir ernst, oder? Jetzt werden wir ernst. Nee, nicht mehr lustig. Okay. Jetzt werden wir ernst. Ja. Es geht um Grenzen. Grenzen. Aber eigentlich geht es um das Wort Nein und dass es wichtig ist und was man tun kann, wenn man nicht ständig Nein sagen möchte, damit es nicht an Bedeutung verliert. Und wie man Grenzen setzen kann, ohne was zu sagen. Oder ohne Nein zu sagen. Okay. Spannend, oder? Ja, das ist voll das gute und wichtige Thema. Und ich glaube, also damit habe ich mich jetzt noch nicht so viel auseinandergesetzt, aber ich glaube, ich kann da noch viel lernen, weil mir das, glaube ich, ich glaube, mir fällt Grenzen setzen schwer und ich missbrauche, hätte ich fast gesagt, aber ich gebrauche Nein, glaube ich, auch einfach nicht so effektiv und konsequent, wie es sein sollte. Würdest du sagen, es fällt dir schwer, die Grenzen von anderen... Von mir selber? Nein. Würdest du sagen, es fällt dir schwer oder leicht, die Grenzen von anderen einzuhalten? Das fällt mir auch schwer, aber das weiß ich nur dadurch, durch Konflikte, die ich mit dir habe, wo ich dann über deine Grenzen gehe. Deshalb weiß ich, dass es mir schwer fällt. Ansonsten hätte ich diese Frage ganz anders beantwortet. Aber weil es in der Vergangenheit Situationen gab, wo ich einfach Grenzen nicht eingehalten habe, weiß ich jetzt, dass es mir vermutlich doch schwer fällt. Ja, also ich muss sagen, mir fiel es auch schwer oder für mich war es auch nicht immer leicht, weil ich bin damit aufgewachsen, dass Nein ein sehr dehnbarer Begriff war. Dass Nein ein Platzhalter war. Ja, genau. Meine Mutter hat nämlich zu allem immer Nein gesagt. Ich habe gesagt, Mama, darf ich? Und sie wusste noch nicht, was ich sagen möchte. Und dann hat sie schon Nein gesagt. Das habe ich ja schon mal erzählt. Mama, darf ich? Nein. Und dann wusste ich, okay, ich muss jetzt sie so lange belabern, bis sie Ja sagt. Weil sie hat am Ende immer Ja gesagt. Immer. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie jemals wirklich Nein gesagt hat. Was auch schlecht ist. Aber egal. Ich musste sie belabern. Dann wurde es zu einem Ja. Meine Schwester und ich, wir haben uns manchmal zusammengesetzt, richtig Pläne geschmiedet, weil wir schon ganz genau wussten, der erste Moment wird Nein sein. Dann muss der eine stressen, dann der andere, dann nochmal gemeinsam. Dann müssen wir die Küche aufreien und dann dürfen wir. Geschwisterkinder, ey, so geil. Richtig am Aushängen. Oder morgens, wenn wir sonntags früh fernsehen wollten. Wir sind immer rein. Wir wussten, okay, wir dürfen gleich nicht. Also wir haben uns erst mal ganz lieb so angeschrieben. Hey, dürfen wir so? Dann hieß Nein. Und dann haben wir richtig Radau gemacht. Dann sind wir aufs Bett gegangen und sind so rumgesprungen. Bitte, 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 bitte. Und dann durften wir. Die Rumnerventaktik gezogen. Genau, und das war das, wie ich mit Nein aufgewachsen bin. Im Umkehrschluss war es bei mir genauso. Wenn ich gekitzelt wurde und gesagt habe Nein, dann wurde einfach weiter gekitzelt. Natürlich jetzt nicht, bis ich geweint habe oder so, aber es war halt immer so, haha, du sagst es ja nur aus Spaß. Ja. Und ich glaube, so sind auch viele aufgewachsen und ich glaube, das führt auch dazu, dass die Menschen tendenziell nicht so richtig verstehen, dass Nein eigentlich ein super, super, super wichtiges Wort ist, um eine Grenze zu setzen. Wenn man rein verbal, also weil natürlich kann man Grenzen auch körperlich verteidigen, du kannst Nein sagen und eine andere Person, also eine Hand ausstrecken und eine andere Person auf Abstand halten, aber das ist dann nicht mehr rein verbal, sondern es wird dann schon körperlich. Und wenn man nur verbal eine Grenze setzen möchte, dann müssen Nein und Stopp eben auch genau das bedeuten. Sonst kann man ja verbal gar keine Grenze setzen. Ganz genau. Also da muss ich jetzt überlegen, wie ich aufgewachsen bin, weil ich glaube, bei mir war es ähnlich. Ich glaube, meine Eltern, ich glaube speziell eher meine Mutter hat auch häufig eher Nein gesagt im ersten Moment und auch eher zu allem Nein gesagt. Und ich bin glaube ich auch so aufgewachsen, dass Nein einfach nicht so viel Bedeutung hat und ich weiß jetzt von mir jetzt, dass ich auch gerade, ich weiß gar nicht, als Erwachsener auch oft Nein gesagt habe, einfach um Zeit zu gewinnen. Gerade auch so zum Beispiel im Studium so, ja willst du dahin und dahin mitkommen? Meist du so, nee, weiß nicht, nee. Und dann habe ich immer dadurch Zeit gewonnen und dann am Ende habe ich es doch halt immer gemacht. Ja, wobei ich finde, nee, weiß nicht, ist doch was anderes wie nur Nein. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das so klar gesagt habe, aber ich, gerade auch in der Kindererziehung, habe ich auch in der Vergangenheit einfach oft Nein gesagt. Was dann einfach stand für, warte mal kurz, ich muss mir das noch überlegen oder ich weiß gerade nicht, war bei mir immer der erste Impuls, okay, ich sage jetzt Nein. Ja. So, und gleichzeitig bei mir selbst auch, war das nie so, dass ich jetzt davon ausgegangen bin, dass wenn ich Nein sage, dass das jetzt wirklich eine feste Grenze ist und dass die auch gewahrt wird irgendwie. Also bei mir war das, ich habe das nie so gelernt, glaube ich, dass wenn ich Nein sage, dass das auch Nein bedeutet und dass andere sich daran zu halten haben. Für mich war das immer irgendwie was Weiches und ich glaube gerade in der Schulzeit und auch später war das für mich immer so, ja, ich sage jetzt Nein, aber ich habe nie wirklich erwartet, dass Leute das auch klipp und klar beherzigen in vielen Fällen. Also natürlich in Situationen, wo es dann klar ist, wo es dann irgendein Streit ist und dann so ganz klar, stopp, das reicht jetzt, Nein, so, okay. Also da erwarte ich das natürlich schon. Ja, aber woher weißt du denn, dass, also, da fängt es ja schon an, woher weißt du, dass dein Gegenüber weiß, dass es jetzt ein echtes Nein ist? Ja, genau, eben. Ja, deshalb, also bei mir war das genauso. Ich habe nicht gewusst, dass mein Nein etwas bedeutet. Wenn ich Nein zu einer bestimmten Sache gesagt habe, war mir nicht klar, dass wenn ich dann dazu überredet werde, das eigentlich bedeutet, dass die Person über meine Grenze geht. Ja. Weil im Endeffekt ist es egal, aus welcher Intention man zuerst Nein sagt. Zum Beispiel möchtest du zu der Party gehen, ich sage Nein und die Person überredet mich dann mitzukommen. Anscheinend hatte ich dann ja noch irgendwie, also, ich versuche jetzt mal das irgendwie so ein bisschen zu erklären, worauf ich hinaus will und es kann sein, dass ich ein bisschen ausschweifen muss. Also, ich habe das Thema in einem Reel angesprochen und viele Mütter, vorrangig, ich glaube, es war kein einziger Vater mit dabei, waren sehr sauer und haben drunter kommentiert, dass es ja aber übertrieben ist und auch ein bisschen überheblich und autoritär, Nein ist Nein zu sagen. Autoritär? Ja, weil man ja dann mal wieder alles vorgeben würde und dem Kind keine Verhandlungsbasis gibt und weil man dann nicht in Beziehung geht. Und das Ding ist, das Video war so aufgebaut, es war halt eine erste Szene, wo das Kind fragt, Mama, darf ich Fernsehen? Die Mama sagt Nein. Das Kind sagt, warum bitte? Mama sagt Nein, weil ich das sage, ich will das jetzt nicht. Und dann nervt das Kind halt so lange rum, bis Mama dann doch Ja sagt, ja, okay, eine halbe Stunde und das Kind lernt dann, so wie ich das als Kind auch gelernt habe und ich wusste, ich weiß auch noch, dass ich diese Gedanken aktiv hatte. Mama sagt zwar Nein, aber ich muss nur lange genug nachfragen, dann sagt sie Ja. Und zweite Szene war dann, Kind sagt, Mama, darf ich Fernsehen? Mama sagt, weiß ich gerade nicht, lass mich kurz drüber nachdenken, stellt zwei, drei Fragen, die das Kind dann bejahen kann. Also es stellt Fragen, ist dein Schulranzen gepackt? Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Auch witzig, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Beides bejaht das Kind und dann sagt die Mutter, okay, wie lange willst du Fernsehen? Kind sagt drei Stunden, Mutter sagt Nein, das ist mir zu lang, aber du kannst eine halbe Stunde. Kind sagt, okay, Kind geht Fernsehen und ist so, ja, ich kann mich ja darauf verlassen, dass meine Mama Nein sagt. Meint sie Nein? Und ansonsten, dass das Kind sich darauf verlassen kann, wenn Mama Nein sagt, ist es eine Grenze und so kann ich die Grenzen aber auch besser respektieren. So, das war so die Aussage des Videos. Erstens fand ich lustig, weil jemand so runterkommentiert hat, ja, das ist aber schon ziemlich krass, dass erstmal die Aufgaben erledigt werden müssen, bevor das Kind fernsehen darf. Ich finde hier, solange Fernsehen als Belohnung und Bestrafung eingesetzt wird, können wir nicht über Erziehung auf Augenhöhe sprechen. An der Stelle möchte ich nur mal kurz einwerfen, dass es Zeitmanagement gibt, das in der Position von uns Eltern liegt. So, natürlich hat das was mit Belohnung und Bestrafung oder kann es was mit Belohnung und Bestrafung zu tun haben, aber aus so einem winzigen Video das als Kontext zu sehen, ist ein bisschen übertrieben. Es ist ja auch eine fiktive Situation. Ganz abgesehen davon, aber zum Beispiel unsere Kinder, wir müssen zuerst die wichtigen Aufgaben, die Konzentration brauchen, erledigt haben, bevor sie fernsehen, wenn es schon abends ist. Weil, wenn die Kinder dann fern sind, kommen sie noch mehr runter und dann können sie sich nicht mehr darauf konzentrieren. Dann würden sie nicht mehr den Schulranzen packen können. Das ist finisher für die Situation, das kann man gerade auch, also ich möchte kurz nochmal darauf eingehen, wir haben ja auch eine Folge dazu gemacht, dass die Kinder keine Medien mehr konsumieren. Und jetzt sehen die wieder ein bisschen fern, aber dann eher so mal abends irgendwie, wenn alles erledigt ist, weil das auch, also wenn der Fernseher läuft und danach noch was passieren soll, die Impulskontrolle ist nicht mehr da, die Konzentration ist einfach nicht mehr da, das ist, das finischt die einfach so ein bisschen ab am Ende. Also die schlafen halt voll oft auch vorm Fernseher einfach ein abends, weil das holt die total runter und das heißt, für uns wäre das jetzt zum Beispiel so ein Beispiel, wo es halt klar ist, ja danach brauchen wir jetzt nicht mehr kommen mit, ja jetzt aber dein Zimmer aufholen, jetzt noch umziehen, jetzt noch Zähne putzen, sondern das machen wir entweder alles davor. Oder wir machen das halt irgendwie zusammen während dem Fernsehen oder keine Ahnung, man findet da immer eine Lösung, aber ich finde es halt, ich fand es witzig, dass halt so viel da rein interpretiert wird und dann auch so, dieser Kommentar war auch schon wieder so, ey ich checke das nicht, warum Leute so sind. Erziehung auf Augenhöhe ist Anlasspunkt, schade. Und ich denke mir so, nee, du schade, warum schadest du mich, schade dich doch selber, also ich verstehe das nicht. Egal, darum ging es nicht. Sehr auf Augenhöhe dann. Ach, ey, Menschen. Und nochmal kurz, es gibt jetzt bestimmt Leute, die sich denken, ja das ist aber auch nicht so gut, vorm Fernseher einschlafen, ja ist es bestimmt nicht, aber wir machen es eben so. Ist so, Punkt, ist so. Blame, blame on us, egal. Auf jeden Fall, vor allem sollen wir die Kinder wach prügeln, wenn die, also die gucken halt dann irgendwie zehn Minuten Fernsehen und pennen weg, so sollen wir sie dann wieder, nein du musst jetzt aufwachen, ich muss zuerst, äh. Ja, aber ich meine bloß bei, bei uns, wir, wir leben ja auch ein Leben, bei uns hat nicht alles einen fundierten, pädagogischen, wissenschaftlichen Ansatz, der unser Handeln begründet. Und so, okay, mal ganz nebenbei. Genau, und jetzt haben halt viele geschrieben, ja, aber ich finde das ganz schlimm, weil man geht ja nicht in Beziehung, wenn man eben nein sagt und dann das auch nein bleibt, dann kann das Kind ja gar nicht lernen zu verhandeln und so weiter. Und ich habe dann halt geschrieben, ja, aber warum sagst du nein, wenn du auf eine Verhandlung hinaus willst? Ja. Und das hat die so wütend gemacht. Ja, aber du kannst ja nicht immer Perfektionismus im Alltag verlangen und so. Ich denke mir so, ja, aber warum soll ich ein Video darüber machen, wie man nicht, also, wie, also, ich bin, ich verzweifle manchmal wirklich an der Menschheit. Ja, aber weil du halt, weil du halt auch im Internet immer. Weil ich mache halt ein 60 Sekunden Video, wo es darum geht, was vorzustellen, damit die Leute nachdenken und 90 Prozent der Leute denken darüber nach und sind so, boah, danke, dass du das aufzeigst, ich habe genau das Problem, mein Kind respektiert mein Nein nie und jetzt verstehe ich warum. Weil ich viel zu oft Nein sage, danke, dass du mir immer wieder die Augen öffnest, ich helfe, dein Kanal hilft mir so, mich zu reflektieren, so, das sind die Menschen, die ich brauche. Aber die Menschen, die so sind, nein, das ist doch scheiße, das ist alles dumm, was du sagst, das ist nicht auf Augenhöhe, schade, die braucht keiner. Dann guckt euch nicht mein Content an, wenn ihr das nicht reflektieren wollt, keine Ahnung, das nervt mich. Das ist halt zum Teil auch einfach total, total unreflektiert und auch total realitätsfern. So, aber darüber will ich gar nicht reden. Eigentlich wollte ich darüber reden. Du musst auch mal drüber abkotzen, weil das ist, das kommt halt. Ja, weil mich das, weil ich dann, bekomme ich halt so monologisiert, so, ja, aber ich mache das aus den und den und den und den Gründen und ich bin so, okay, ich sehe das trotzdem komplett anders. Du kannst mir, das ist wirklich meine Antwort gewesen. Die hat mir so, also ich glaube, die hat mir so drei Seiten Text geschrieben ungefähr. Also es waren so sieben Nachrichten, also sieben komplett vollgeschriebene Nachrichten. Und du dich nebenbei auch noch befasst, ja. Und ich meinte nur so, okay, ich sehe, dass du dich gerade dafür rechtfertigst und du suchst Argumentationen dafür, warum du das okay findest, bei anderen übers Nein zu gehen und so weiter. Das ist alles in Ordnung, wenn das für dich so okay ist. Für mich ist es nie okay, wenn jemand über mein Nein geht. Ich sehe das komplett anders und ich bringe es meinen Kindern anders bei. Wir werden hier nicht aufeinander kommen, egal wie viel du argumentierst. Ich habe auch geschrieben, ich verstehe, dass es schmerzhaft sein kann, in solchen Verhaltensweisen kritisiert zu werden, nur ändern kann ich es auch nicht. Ich sehe es trotzdem so. Ich finde es wichtig, dass man, wenn Nein gesagt wird, dass es auch respektiert wird. Und ich musste das auch lernen. Ich musste das lernen, dass, wenn meine Kinder Nein sagen, dass es Nein heißt und das fällt mir nicht immer leicht. Aber es hat so geholfen, weil ich auch in der Beziehung mit anderen Menschen jetzt gelernt habe, bei Nein höre ich auf und verlasse die Situation. Und es hat mir auch geholfen, mein eigenes Nein viel mehr zu respektieren. Auch gerade, wie du schon gesagt hast, in Konflikten. Also ich hatte zum Beispiel einen Konflikt mit meiner Schwester an Silvester und wir waren beide emotional aufgewühlt. Und sie meinte zu ihr Malis, ich kann das gerade nicht mehr. Du darfst jetzt nicht weiterreden. Ich muss jetzt gehen. Du musst mich jetzt in Ruhe lassen. Das war so schwer für mich. Alles in mir hat geschrien, geh ihr hinterher, brüll sie an, sag ihr, dass sie scheiße ist und dass sie Unrecht hat und keine Ahnung was. Und ich war so, nein Maris, wenn sie dein Kind wäre, müsstest du es auch akzeptieren. Du möchtest eine gute Beziehung zu deiner Schwester haben. Sie hat Nein gesagt, das ist eine Grenze. Und es ist wichtig, dass Grenzen respektiert werden. Also bin ich gegangen und ich habe nichts, ich habe so getan, als ob nichts wäre. Ich wusste, dass es nicht geklärt ist. Sie wusste es auch. Ich habe gewartet, bis sie auf mich zukommt. Ich wollte, dass sie den ersten Schritt macht. Sie hat gesagt, sie kann nicht mehr. Ich wusste, sie kommt zu mir, wenn sie wieder kann. Sie kam zu mir. Wir haben diesen Konflikt geklärt und zwar von vorne bis hinten aufgerollt, ohne emotional überladen zu sein. Wir waren beide emotional involviert, aber wir waren nicht drüber. Wir haben uns konstruktiv gestritten. Und es war so eine wichtige Erfahrung für mich und hat mich darin bestärkt, dass es krass wichtig ist, das Nein zu respektieren von Menschen. Und solche Situationen haben wir auch manchmal. Weil manchmal, wenn wir streiten, bin ich irgendwann total drüber, dadurch, dass ich ADHS habe und Verdachtsdiagnose auf Autismus. Also ihr wisst es ja mittlerweile auch, ich habe manchmal selektiven Autismus. Das bedeutet, dass ich halt in Situationen, in denen ich zu überreizt bin, nicht mehr sprechen kann. Und wenn ich dann doch sprechen muss, dann kriege ich einen Meltdown. Und wir haben das manchmal in Situationen, wo ich dann sage zu dir, nein, hör auf, hör jetzt auf, ich kann nicht mehr. Und es fällt mir unglaublich schwer, dass… Du kommst mir sehr oft hinterher und redest weiter und redest weiter und redest weiter. Und du hast auch ein paar Mal schon erlebt, dass es dann bei mir zu einem Meltdown geführt hat. Und das hat aber auch, glaube ich, bei dir so einen Lernprozess irgendwie, dass ich halt… Also für mich war es so ein Lernprozess-Ding von, warte mal, ich sage nein und es ist gerade nicht okay, was er macht, weil ich habe nein gesagt. Und das auch zu validieren irgendwie, dass du gerade über meine Grenze gehst. Weil früher hätte ich gedacht, dass es meine Schuld ist, dass ich jetzt überreagiere. Aber eigentlich habe ich ja nein gesagt und mich abgegrenzt. Ja. Und deshalb finde ich es auch wichtig, weil wenn man lernt, das Nein von anderen zu respektieren, lernt man auch, das Nein von sich selbst zu respektieren, sich weniger zu gaslighten und sich von anderen abzugrenzen und halt auch Fehlverhalten von anderen irgendwie klar zu definieren. Ja, voll. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir, wie du es halt beschreibst in deinem Video, so… Wenn wir unseren Kindern beibringen, auf unser Nein zu hören, ist ja klar, dass sie dann, oder wir wollen ja erstmal, was ja offensichtlich ist, ihnen beibringen, dass sie Nein respektieren von uns, von anderen, dass sie auf klare Grenzsetzungen, dass sie das verstehen und nicht über Grenzen gehen. Aber dass wir den Kindern auch damit gleichzeitig helfen, ihre eigenen Grenzen zu wahren, für sich selbst zu sagen, ich habe doch Nein gesagt, das ist gerade nicht okay, dass dieses Nein übergangen wird, dass sie dadurch ihre eigene Grenzsetzung lernen, ist nochmal so ein wichtiger Punkt. Und das ist so, das ist ja nicht mal ein kleines Ding. Das ist halt ein riesen Erziehungsgoal, was wir unseren Kindern unbedingt beibringen wollen, was denen im Leben ganz, ganz oft weiterhilft. Ja. Ja, weil Grenzen setzen müssen wir alle lernen und Leute, die keine Grenzen setzen können und ich kann das auch schlecht, das ist scheiße, dann geht es einem wirklich schlecht. Vor allem auch einfach, wenn du halt selber dein Nein nicht respektierst, weil du auch irgendwie gespiegelt bekommst, dass andere nicht respektieren und du das für selbstverständlich nimmst, das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe, wie willst du sonst verbal eine Grenze setzen, wenn du nicht mit Nein eine Grenze setzen kannst, dann kannst du ja irgendwann nur noch körperlich werden. Klar. Und deshalb finde ich es halt noch wichtiger und natürlich gehört dann aber auch dazu, dass man das Nein der Kinder respektiert. Ja. Und das fällt halt vielen besonders schwer, weil, also mir schreiben halt viele dann, ja, aber das geht bei Babys nicht oder bei Kleinkindern. Meine Tochter sagt immer Nein, wenn ich sie wickeln möchte. Tut sie nicht. Mhm. Mhm. Und sie werden seltener Nein sagen. Das gilt auch für eure Freunde. Wenn eure Freunde sagen, XY, wenn ihr eure Freunde fragt, wollt ihr heute Abend mit mir ins Restaurant gehen? Eure Freunde sagen Nein. Und ihr seid es aber gewohnt, dass ihr sie dann überredet. Mhm. Und irgendwann lassen sie sich breit klopfen oder vielleicht auch nicht. Je nachdem. Und ihr respektiert aber das Nein. Eure Freunde werden nicht mehr in jeder Situation Nein sagen, weil sie gelernt haben, dass ihr das halt auch respektiert. So, die lernen ja dann auch was über sich selbst. Und das heißt, es war irgendwie auch eine ganz komisch, die mir geschrieben hat, ja, ich habe das mit meinem Therapeuten aufgearbeitet, dass man eben nicht immer das Nein von anderen respektieren muss. Ich bin in der Familie aufgewachsen, in der es hieß Nein heißt Nein. Und ich habe das im Coaching jetzt gelernt, dass Nein nicht Nein heißt. Ich dachte mir so, boah, was ist das für ein toxisches Coaching? Die ist mich auch richtig angegangen. Ich habe in den Direct Messages, die hat mir irgendwie extra nochmal geschrieben, weil sie das so kacke fand, dass ich dieses Video hochgeladen habe. Und hatten mir halt so, also mit ganz vielen Ausrufezeichen und so. Und ich dachte mir so, die Girl, ich weiß nicht, was das für ein Coaching war, aber klingt jetzt nicht so. Weiß ich nicht. Also, klar, natürlich kannst du, indem du Grenzen von anderen nicht respektierst, in deinem Leben wahrscheinlich viel erreichen. Also, viel Toxisches halt so. Also, ich glaube, also, weißt du, du gehst halt dann über Leichen so. Es ist halt die Frage, ob du so ein Mensch sein möchtest. Ja, wir müssen, wir müssen halt generell einfach, es müssen einfach alle lernen, dass Nein und Stopp, Nein und Stopp bedeuten. Und... Nein, es wird immer Menschen geben, die über deine Grenze gehen, aber anstatt, dass du, weißt du, das ist doch das Problem zum Beispiel auch, wenn Frauen vergewaltigt werden, dass sie haben Nein gesagt, aber sie machen sich am Ende den Vorwurf, weil sie denken, sie waren nicht deutlich genug. Ja, genau. Ihr seid immer deutlich genug. Einmal Nein zu sagen, heißt Nein. So, einfach allein schon die Abwesenheit von Ja ist schon deutlich genug. Aber ihr müsst nicht irgendwie noch körperlich werden. Wenn ihr Nein gesagt habt, habt ihr eine verbale Grenze gesetzt. Und wenn die Person darüber gegangen ist, ist es nicht eure Schuld. So, das ist halt auch so ein Ding, so von Täter-Opfer-Umkehr. Wenn jemand über deine Grenze geht, obwohl du Nein gesagt hast, ist das die Person der Täter. Und ich glaube, dass die Leute, die so wütend darauf reagiert haben, dass ich das gesagt habe, ganz genau wissen, dass sie Täter sind. Das ist halt total krass. Also, es geht jetzt nicht um Vergewaltigung, sondern es ist ja jegliche Art von Grenzüberschreiten. Ja, aber da spielt es halt auch noch eine Rolle. Und dann schreiben sie, aber körperlich ist was anderes als verbal. Nein, ist es nicht. Beim Körper setze ich eine Grenze, aber ich kann auch mental überfordert sein und sagen, nein, ich will nicht mehr. Und wenn du dann über diese Grenze gehst, ist es für mich persönlich genauso schlimm. Ich weiß nicht, jeder hat Autismus und ADHS. Aber für mich, wenn ich sage, nein, ich kann dir jetzt nicht mehr zuhören, ich kann jetzt nicht mehr darüber reden und du gehst über diese Grenze, das tut mir körperlich weh. Also, ich finde das auch total sinnvoll und eigentlich gilt das für alle Menschen und gerade natürlich, wenn man mit 13 überfordert ist, dann geht das nochmal mehr. Aber insgesamt haben Leute einfach irgendwann keine Aufnahme, keine Energie mehr. Das Gehirn, das verbraucht wirklich viel Energie, auch wenn man Gespräche führt, wenn man sich darauf konzentriert. Und entweder, also man ist dann halt irgendwann an einem Punkt, wo es dann halt einfach nicht mehr geht, wo man einfach überfordert ist, wo man auch diese Energie nicht mehr hat, wo man entweder diese emotionale Belastung durch das Gespräch nicht mehr stemmen kann oder einfach nicht mehr zuhören kann. Und dann ist es natürlich wichtig, also in jedem Fall ist es dann wichtig zu sagen, hey, nein, ich kann darüber gerade nicht sprechen. Und dann ist es wirklich ganz wichtig, das auch einzuhalten für die andere Person, sonst kommt das nämlich zu Konflikten und Streit. Weil ich habe gerade das Buch angefangen, Kommunikation mit Hirn und Herz. Von Vera Beckenbier? Nee, nicht Vera Beckenbier. Ich weiß gar nicht, wie der Autor heißt. Ich werde es verlinken. Aber da geht es eben um so diese neurologischen Grundlagen von Gesprächen. Und da wurde es auch extra aufgegriffen, dass halt, wenn eine Person dann Nein sagt zu dem Gespräch, dass man auch wirklich dann aufhören sollte. So nochmal so kurz am Rande, das ist mir da gerade eingefallen. Ja, das ist ja im Prinzip auch genau dasselbe. Wir lassen unsere Kinder ja auch erstmal, also man sagt ja in der Kindererziehung, wenn euer Kind einen Wutanfall hat, dann braucht ihr in dem Moment nicht ein klärendes Gespräch suchen, weil das Gehirn ist nicht aufnahmefähig. Das ist bei Erwachsenen genauso. Das Gehirn ist nicht aufnahmefähig, wenn es hochemotional ist. Das heißt, wenn ihr konstruktiv streiten wollt, dann müsst ihr beide erstmal runterkommen, bevor ihr überhaupt es klären könnt. Und deshalb ist es auch super wichtig, dass wenn eine Person merkt, ich bin emotional gerade, an so einem Punkt, an dem ich weiß, dass wenn ich jetzt weiterrede, sage ich was Verletzendes. Und das ist in Beziehungen nie gut, was Verletzendes zu sagen. Da muss eine Grenze gesetzt werden und die andere Person muss diese Grenze aber auch respektieren. Ja, genau. Das sind halt dann die Gehirnareale. Ich weiß nicht, ob ich sonst neurologische gehen soll. Ich mache es mal nicht. Es ist so, dass Gespräche, die so emotional geführt werden, die lassen gar keinen Raum für Selbstreflexion und Selbsterkenntnis. Und ein Streitgespräch ohne Selbstreflexion und Selbsterkenntnis führt halt zu nichts. Ja. So, das ist halt total sinnlos. Man ist halt im Kampfmodus. Ja, voll. Das logische Denken ist ausgeschaltet. Ihr seid einfach nur impulsiv in dem Moment. Deshalb bringt es nichts. Und deshalb ist es so wichtig. Es ist egal, in welchem Kontext. Mir fällt wirklich kein Kontext ein, in dem ein Nein zu übergehen in Ordnung ist. Und ich denke, genau das ist, was wir unseren Kindern beibringen sollen. Ganz ehrlich, lieber einmal ein Nein mehr akzeptieren als wen. Also wirklich, im Zweifel höre ich doch lieber einmal zu viel auf ein Nein und denke mir so, ja, aber ich glaube gerade nicht, dass die Person es ernst wird. Aber trotzdem, anstatt, dass ich über eine Grenze gehe. Weil wenn du bei einer Person über eine Grenze gehst, ist es immer übergriffiges Verhalten. Es ist immer missbräuchlich. Ja. Immer. Also wirklich. Schreibt mir gerne. Schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir in die Direct Message, wenn euch ein Beispiel einfällt, wo es nicht missbräuchlich ist, über die Grenze von jemandem zu gehen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir lernen, nur Nein zu sagen, wenn wir es auch wirklich so meinen. Dazu braucht man eine krasse innere Klarheit. Ja. Und deshalb ersetzt das Wort Nein einfach durch Warum. Ja, genau. In der Kindererziehung, wenn ihr nicht Nein meint, sagt einfach ein anderes Wort. Sagt Warum. Warum. Oder ich brauche kurz Zeit. Oder ich denke gerade drüber nach. Was ich auch gerne sage, ist, eher nicht. Eher nicht. Weil das ist halt so, das lässt Raum. Warum. Hauptsache, Hauptsache dann nicht. Also wenn Nein einer klaren Grenze vorbehalten sein soll, und wir haben ja jetzt wirklich ausführlich begründet, warum das eine gute Idee ist, dann muss man alles, was keine klare Grenze ist, muss man durch ein anderes Wort ersetzen. Man muss sich dazu aber auch erstmal bewusst sein, dass das gerade keine klare Grenze ist. Und dazu muss man halt schon echt achtsam unterwegs sein, dass man das checkt, dass dieser Automatismus. Ihr wisst, wann es eine klare Grenze ist. Wenn alles in euch sich sträubt, dann ist es Nein. Und sonst sagt ihr immer, warum. Das muss man sich aber erstmal angewöhnen. Das muss man sich wirklich angewöhnen irgendwie. Man muss das ja ersetzen. Also ich bin auch so gewohnt, dann Nein zu sagen, dass ich erstmal ein neues Wort brauche, das so dieses nicht klare Grenze Nein ersetzt. Und das muss ich erstmal üben, dass es ein Automatismus wird, zu sagen, warum. Oder ich brauche Zeit oder so, statt Nein zu sagen. Ich finde halt, warum ist eine super Antwort, weil man dann direkt die Beweggründe mitbekommt und direkt im Gespräch ist. Direkt im Gespräch, direkt kann man drüber nachdenken und bekommt direkt Argumente geliefert. Natürlich geht das nicht bei, also, natürlich geht das nicht mit einem anderthalbjährigen Kind, so darüber brauchen wir nicht sprechen, aber es geht jetzt natürlich auch um ältere Kinder, komplexere Themen. Mitgewittert? Nein, es hämmert einfach nur. Achso, wir haben übrigens Handwerker hier, falls es hier mal hämmert und bohrt und so, das sind die Handwerker. Und dadurch, dass man Warum sagt, bist du ja sofort im Gespräch und kannst auch verhandeln, so wie halt, also, ne, diese Argumentation, ja, wenn Nein, Nein heißt, dann gibt es ja keine Verhandlung. Ja, genau, dazu ist Nein da, dass es keine Verhandlung gibt. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen Spielraum zur Verhandlung. Wenn es Spielraum zur Verhandlung gibt, ist Warum doch super. Dann bist du gleich drin im Verhandeln. Ja, genau, was ich auch super wichtig finde, das ist so eine Übung, die ihr mit eurem Partner machen könnt, so, wir können die jetzt machen, aber ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, also, vielleicht schneiden wir die für den Podcast raus und, also, ich weiß nicht, also, es geht bei der Übung so darum, dass man sich gegenüber setzt. Wir setzen gegenüber, sehr gut. Also, ich glaube, es funktioniert so, die eine Person sagt nichts und die andere Person sagt einfach nur die ganze Zeit Nein. Also, ich setze mich jetzt hier, ich setze hier und jetzt sagst du einfach die ganze Zeit Nein zu mir. Nein. Nein, 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 Marlies, nein. Okay, ich weiß nicht, ob das die Übung, also, auf jeden Fall geht es so, dass halt die eine Person sagt die ganze Zeit Nein, eine Minute lang und die andere sagt dann die ganze Zeit Ja zu der anderen Person und dann sagen halt beide so, wie sie sich gefühlt haben. Es geht halt so darum, dass man sich auch einfach vergegenwärtigt, wie sich das anfühlt, wenn immer Nein zu einem gesagt wird. Also, egal, vielleicht stellt ihr euch auch Fragen oder so. Es geht einfach um dieses Gefühl der Ablehnung, was man halt dadurch bekommt, wenn ständig Nein gesagt wird. Und wenn ihr wollt, dass eure Kinder kooperieren, dürfen sie sich aber nicht abgelehnt fühlen. Ja. Weil das ist kein gutes Gefühl, das ist keine gute Basis für eine Kooperation, weil du einfach, wenn du dich abgelehnt fühlst, dann ja auch das Bedürfnis hast, von der anderen Person gesehen zu werden und dich halt tendenziell weniger fügst. Also, ich finde, es ergibt auf jeden Fall total Sinn. Ja, ich wollte noch voll gerne nochmal zurück zu diesem Nein von den Kindern respektieren als klare Grenze. Und jetzt ist es aber wirklich wichtig, nochmal zurückzugehen, weil es gibt ja eine Phase in der Kindesentwicklung, die Nein-Phase. Genau, die da halt besonders schwierig, also wo ich halt auch verstehe, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, da auf jedes Nein einzugehen. Ich glaube, dass es manchmal auch einfach nicht möglich ist. Also, ich bin auch nicht immer auf jedes, also ich habe nicht immer jedes Nein anerkannt, aber ich habe es versucht. Martin, du hattest oft ein sehr schlechtes Gewissen, weil du es, also ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle, in denen man das Nein von Kindern übergeht, ist es nicht, weil es nötig ist, sondern weil man selber gestresst ist und das Gefühl hat, es sei jetzt gerade nötig. Stimmt, ja, ich glaube. Ideen, um euer Kind zu wickeln, wenn es sich nicht wickeln lassen möchte. Handy in die Hand drücken. Zwei Minuten später fragen. Das Kind selber wickeln lassen. Dem Kind sagen, hey, weißt du eigentlich, wo die Windeln sind? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Kannst du die mir bringen? Kind ist begeistert. Sofort mit dabei. Zusammen die Puppe zuerst wickeln. Guck mal, die Puppi wird gewickelt und dann auf einmal möchte das Kind auch wickeln. Das sind jetzt alles nur so Ideen. Das kann man auch sehr gut austauschen mit Zähneputzen und anderen Dingen, die gemacht werden müssen, ja. Wenn die Kinder nicht Zähneputzen wollen und Nein sagen, und das passiert öfter, dann sage ich, okay, und gehe selbst Zähneputzen. Lass die Kinder quasi einfach im Regen stehen. Die kommen hinterher und putzen ihre Zähne. Ich kann euch nicht sagen, wieso das so ist. Und wenn die einmal nicht die Zähne putzen, geht die Welt auch nicht unter. Ja, aber das ist, was du ja auch schon gesagt hattest, da ist es halt total wichtig. Also es geht halt, ja, und warte mal ganz kurz, ich habe dazu auch ein YouTube-Video und das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das verlinke ich euch, das heißt Nein-Phase. Da geht es nochmal genau um solche Themen, aber es ist halt bei den Kindern genauso wie bei den Erwachsenen, wenn die merken, dass ihr das Nein respektiert, werden sie es weniger oft sagen. Ja, genau. Das ist halt eben der Punkt, weil es gibt ja wirklich Kinder, die sagen zu allem Nein, aber die probieren ja das auch aus. Also ich meine, ich glaube, in der Nein-Phase erforschen Kinder auch, was bedeutet es jetzt, wenn ich Nein sage. Also die hören halt von ihren Eltern Nein, eins der ersten Worte ist Nein, das ist halt normal, das ist eben so. Und die wollen ja damit herausbekommen, was passiert, wenn ich Nein sage. Wenn Nein Gewicht hat und das halt wirklich dazu führt, dass die Grenze eingehalten wird, dann merken die, ah, okay, damit setze ich eine Grenze und werden dann auch lernen, das nur für ihre Grenze einzusetzen. Und wenn die merken, ah, das hat nicht so viel Gewicht oder ich muss jetzt zehnmal Nein sagen, dass die Grenze eingehalten wird, dann sagen die in Zukunft halt auch zehnmal Nein. Ja. So, das wird ja nicht besser dadurch. Deshalb, ich glaube, da hat man mal einmal so eine Phase, wo das dann ganz viel gesagt wird und das kann man halt eben abmildern, indem man das respektiert. Ja. Und dann wird es weniger werden. Ja, voll. Generell ist es halt, überlegt euch immer, warum ihr Nein sagt. Also versucht es so genau wie möglich zu begründen, damit ihr eine innere Klarheit habt. Weil eure Kinder, die merken jede einzelne Nuance eurer Mimik, eurer Gestik, eurer Haltung und dadurch, dass sie eben Sprache noch nicht so gut verarbeiten können wie das Gesehene, werden sie eher darauf hören, was ihr quasi unterbewusst mitsagt, als darauf, was ihr verbal sagt, weil sie eben auch Sprache erst noch lernen. Das heißt, wenn ich bei einer erwachsenen Person merke, die sagt Nein, aber die meint es eigentlich nicht so, dann respektiere ich das trotzdem, weil ich weiß, was Nein bedeutet. Ich bin erwachsen und ich kann die Grenzen von anderen respektieren. Bei Kindern ist so eine innere Klarheit noch viel wichtiger. Das heißt, wenn ihr sagt Nein, ich will das nicht, aber es stimmt gar nicht, sondern ihr wollt es nicht, weil, nein, ich will das nicht. Also euer Kind springt im Zug rum und ihr sagt, lass das, ich habe Angst oder nein, hör auf damit, ich habe Angst, dass du hinfällst. Aber eigentlich ist es euch unangenehm, dass die Menschen gucken, dann sagt ihr nicht, lass das, du tust dir weh, sondern sie sagt, lass das, die Menschen gucken, das ist mir peinlich. Dann kann euer Kind aufhören, weil es dann weiß, dass ihr ehrlich seid. Ja, genau, weil es dann Klarheit bekommt. Also das ist ja für das Kind natürlich auch eine Situation, das denkt sich dann, okay, Mama hat jetzt Nein gesagt, aber irgendwie ist das komisch. Irgendwas fühlt sich da merkwürdig an, da passt irgendwas nicht. Ja, oder hey, das ist ja nicht gefährlich, warum soll ich nicht hinzufangen? Oder halt so, oder es ergibt für das Kind einfach keinen Sinn, dann wird es das halt weitermachen, wird vielleicht auch einfach erforschen wollen, was ist eigentlich gerade bei Mama los, das ist doch irgendwie komisch, was gesagt wird. Und was du ja noch meintest vorhin, dass Nein einfach eine Ablehnung ist und dass, wenn man zu viel Nein sagt, dass es halt auch einen Einfluss auf die Kinder hat. Und also wir haben das auf jeden Fall auch sehr miterlebt, würde ich sagen, in unserer Erziehung, dass, wenn wir zu oft Nein gesagt haben, dass sich sowieso das Nein aufbraucht für die Kinder, dass sie dann immer weniger beim nächsten Mal in der Lage sind, auf dieses Nein, also wirklich die Grenze einzuhalten und wirklich aufzuhören. Es ist so süß mittlerweile, wenn wir Nein sagen, ist unser Sohn einfach so, wieso denn? Ja. Aber er hört schon voll gut drauf, ne? Generell, ja, also ihr könnt euch, ich glaube, das ist ein Tipp von Nora Imlau aus Meine Grenze ist denn halt, dass ihr euch wie so Steinchen oder Münzen in die eine Hosentasche macht, in die rechte oder linke und jedes Mal, wenn ihr Nein sagt, macht ihr eins rüber. Und dann könnt ihr am Abend mal gucken, wie viele Steine in der Nein-Tasche gelandet sind und mal sehen, wie oft ihr Nein sagt und halt versuchen, das so wenig wie möglich einzusetzen, sondern halt in den meisten Fällen Kompromisse zu finden. Oder einfach die Umgebung so umzugestalten, dass ihr gar nicht erst Nein sagen müsst. Und das ist halt so mein Go-To-Tipp, gerade wenn ihr kleine Kinder habt, die verstehen Nein ja auch noch nicht so gut und haben auch noch eine krass geringe Impulskontrolle. Und das heißt, wenn euer Kind irgendwie irgendwas macht, hatten wir letzte Woche ja erst mit diesen Steinchen, dass das Kind irgendwie im Garten immer die Steine in den Mund nimmt. So, der Go-To-Tipp ist einfach jedes Mal Nein sagen, das Kind wegsetzen, also Umgebung ändern, damit das Kind wirklich nicht mehr in die Versuchung kommt, nach dem Nein das nochmal zu machen. Aber vor allem halt einfach die Umgebung ändern. Also, wenn euer Kind... Du hast gerade zweimal Umgebung ändern gesagt. Ja, ich weiß. Aber wenn euer Kind halt irgendwie, also weil das halt auch wichtig ist, also weiß ich nicht. Dass das Kind das Nein auch damit verbindet, dass es da weg soll, oder? Wenn euer Kind auf der Couch rumspringt und daneben steht ein Glas-Couch-Tisch, auf dem das Kind knallen könnte, dann stellt ihr den Glas-Couch-Tisch zur Seite und legt Kissen drunter und euer Kind kann weiterspringen. Ein Nein gespart. Kind lässt Energie los, sowieso immer super. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich glaube, das ist halt einfach, natürlich ist es jetzt in Realität nicht so definiert oder nicht so definitiv, aber ich glaube, das ist hilfreich, wenn man sich vorstellt, okay, mein Kind hat 20 Neins heute, auf die es hören kann und die brauchen sich auf. Ja. Ja, voll. Ja, voll. Die Welt generell, glaube ich. Ja. Also ihr wollt ja wahrscheinlich eher, dass eure Kinder nach Lösungen suchen, als sich in Problemen zu versteifen. Ja. Ja, das ist schon ein guter Skill. Ja, aber jetzt also so zu Skills, um Grenzen zu setzen, ohne was zu sagen, ist halt einfach Ja-Umgebung, das heißt, ihr guckt einfach generell, dass zu Hause es nicht nötig ist, Grenzen zu setzen. Also, dass die Kinder, also dass die Kinder halt frei spielen können, dass nichts kaputt gehen kann. Meine Güte, meine Güte, das ist halt auch ein Tipp, das ist einfach so anstrengend, den Kind die ganze Zeit hinterher zu rennen und Nein, Nein, Nein zu rufen. Das macht einen einfach fertig. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die so denken, nein, ich muss mein Kind aber beibringen, dass diese Vase jetzt hier bla bla. Und das ist jetzt auf alle meine Neins hört. Ey Leute, macht euch das Leben nicht so schwer. Räumt die Vase weg, bis die Kinder größer sind. Vor allem ganz ehrlich, also ich habe das Gefühl, unsere Kinder haben genau dadurch halt gelernt, sowas zu achten, weil die halt nirgends irgendwie rangehen an solche Sachen. Also gerade bei meinen Eltern jetzt zum Beispiel, da steht ja auch alles rum oder auch bei dahin und die gehen da überhaupt nicht ran. Aber ich glaube, dadurch, dass bei uns zu Hause durften die halt erstmal in der Phase, in der Kinder alles erkunden, also in dieser Kabelphase, durften die halt auch überall dran, wo sie halt dran wollten. Und wenn sie irgendwas angucken wollten, was halt so ein bisschen kritischer war, haben wir es halt immer zusammen gemacht. Und im Endeffekt wollen die Kinder eigentlich nur einmal herausfinden, was es ist. Und dann wird es halt unattraktiv. Das heißt, wenn ihr, also zum Beispiel meinen Füller, die Kinder waren so heiß auf meinen Füller und ich war immer so, nein, ihr macht den kaputt und keine Ahnung was. Und irgendwann dachte ich so, ja, komm, ganz ehrlich, hab mit denen zusammen ein bisschen mit meinem Füller gemalt. Jetzt interessieren die sich nicht mehr dafür. Die wollen einfach nur wissen, wie es funktioniert und dann ist es auch wieder gut. Ja, eben. Also ganz oft ist halt auch Neugier und ganz oft, ey, seid nicht böse auf euer Kleinkind, dass es nicht auf euer Nein immer reagiert. Weil ganz oft ist einfach die Impulskontrolle noch nicht so stark, dass die, also die haben ein großes Verlangen danach, die Welt zu entdecken und sind neugierig. Und manchmal ist eben dieses Verlangen stärker, als dass sie wissen, okay, hier ist ein Nein, ich soll jetzt aufhören. So, die können manchmal einfach nicht abbrechen. Was ja auch super gesund ist. Ja, genau. Also das ist halt normal für kleine Kinder. So ein, zwei Jahre, drei Jahre. So, keine Ahnung. Da nicht übel nehmen. Und deshalb ist es halt einfach auch ein guter Tipp, was du gesagt hast, Nein sagen und das Kind dann wegsetzen. Und dann am besten aber den Herd entfernen. Den Herd. Den Ursachenherd. Den Ursachenherd, ja. Nicht den Herd aus der Küche reißen. Dafür kann das Nein schon noch gelten. Und was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ist tatsächlich, wenn ihr Kindersicherungen an Schränke dran macht und die dann, die Kinder die Erfahrung machen, dass sie diese Schränke nicht aufbekommen, könnt ihr diese Kindersicherungen dann wieder abmachen und die Kinder machen die Schränke trotzdem nicht auf. Stimmt. Witzigerweise. Ja, genau. Ja, Umgebung. Und ansonsten auch manchmal, gerade so unter Geschwistern, eine Situation auch laufen lassen. Auch, was ich immer wichtig, also was ich auch immer gut finde, wenn es keine gefährliche Situation ist, einfach nur zu sagen, das und das wird passieren, wenn du nicht aufpasst. Ja. Ja. So, dann kann euer Kind selber drüber nachdenken, ob das passieren wird oder nicht. Kann sich selber überlegen, macht das jetzt was oder nicht. Aber ihr macht das ohne Erwartung. Ihr weist euer Kind nur darauf hin und dann geht ihr. Euer Kind kann selbst entscheiden. In Situationen, in denen euer Kind der Meinung ist, dass es gefährlich ist, wird es sich dafür entscheiden, auf euch zu hören. In anderen wird es weitermachen und meistens wird auch einfach nichts passieren. Man muss dem Kind ja auch, also es ist auch gut, dem Kind einfach für Selbsteinschätzungen in den Raum zu lassen, dass die halt selbst auch Situationen lernen, einzuschätzen und das dann lernen. Ja. So, das ist halt voll gut und wir haben halt immer den Anspruch, also ich meine, ich weiß nicht, das habe ich bestimmt auch gemacht, als ich noch viel unerfahrender war als Vater, aber so ein einjähriges Kind, was dann so Richtung Steckdose krabbelt, das dann dann so dasteht und sagt, nein, nein. Oh, das machst du immer noch. Du setzt dich immer, du erinnerst mich immer an so ein, wie so ein verfressener König. Du sitzt immer so auf deinem Thron und dann schreist du so durch die halbe Nachbarschaft, nein, lass das, hör jetzt auf, du kommst jetzt sofort hierher. Und dann wirst du richtig wütend. Mache ich das? Ja, und ich sage, das mache ich aber nicht mehr oft, oder? Doch, das machst du manchmal immer noch und das hat mich immer so wütend gemacht, weil es waren voll oft Situationen, in denen ich gesagt habe, jetzt musst du kurz die Verantwortung übernehmen und du warst so, hey, lass das, hey, hey, hör auf damit und dann kamst du so zu mir, ja, die hören halt nicht auf mich, du musst das jetzt machen und ich dachte mir immer so, Digi, du hast es nicht mal versucht, steh auf und geh zu deinem Kind hin. Oh Gott, okay, okay, also so mache ich das mittlerweile nicht mehr, kann ich auf jeden Fall sagen. Schäm dich. Das ist mir unangenehm. Oh, das hat mich echt immer sauer gemacht, das ist auch sowas. Aber ich glaube, das machen viele, dass sie so aus der Entfernung dann rufen, nein, aber warum hört denn das nicht? Ja, das ist schon lange weggerannt, das hört euch nicht zu, weil es weg ist. Geht einfach zu euren Kindern hin, auch ihr müsst auch nicht immer was sagen. Also so manchmal, wenn wir Zähneputzen gehen wollen, sagen wir nicht, jetzt gehen wir Zähneputzen, die Kinder sagen, nein, sondern wir nehmen unsere Kinder an die Hand und laufen mit ihnen einfach zum Zähneputzen drücken, in die Zahnbürste, in die Hand, ganz ohne Worte, die wissen, was zu tun ist und putzen an ihre Zähne. Ja, das ist häufig halt einfach ein besserer Tipp, aber eben, ja, das Nein dann auch kann man ja auch dann körperlich durchsetzen. Klingt jetzt nach Gewalt, aber das muss ja nicht Gewalt sein, sondern nein, jetzt zum Beispiel Steine auf Steinen rumkauen, nein, nimmst das Kind halt weg von den Steinen, nimmst den Stein aus der Hand, machst das Kind woanders hin, so bei einem Kleinkind, das noch nicht läuft oder so, zum Beispiel. Ja, aber wir haben immer so die Erwartungen, wir sagen jetzt was und das Kind muss spurenmäßig, keine Ahnung. Ja, das ist da, aber das hast du schon immer noch manchmal und dann bist du so richtig sauer und ich denke mir immer so, ja, aber... Was? Mittlerweile nicht mehr, ich werde auch nicht mehr so richtig sauer deswegen. Wir hatten das erst letztens und da dachte ich mir so, warum? Okay, gut, ich arbeite immer noch dran. Ja, aber das hat mich halt immer, also früher war das wirklich schlimmer, das hat mich immer sehr geärgert, also wenn ihr solche Menschen seid, das ist super anstrengend, seid nicht solche Menschen. Ja. Das ist komplett unnötig, weil ihr regt euch halt darüber auf. Dann sagt lieber zu dem Kind, wenn das und das, dann wird das und das passieren, statt zu sagen, hör auf, das hätte ich jetzt nicht gehört. Ja, genau. Oder sagt einfach gar nichts, also wirklich, weil wenn ihr eh schon, manchmal weiß man eh schon das, was ich gleich sage, das wird eh nichts bringen, so sagt nichts aus Prinzip. Wenn ihr auf dem Spielplatz seid und das Gefühl habt, ihr müsst jetzt irgendwie rufen, hey Jenny, lass das, nicht das und das tun, weil ihr das Gefühl habt, dass die anderen Eltern euch sonst judgen, so lasst euch die an, lasst die anderen Eltern, verschwendet eure Energie nicht. Die Kinder können erstens voll oft sehr gut selbst einschätzen, also voll oft sagt man was in Situationen, aber eigentlich lösen die die von selbst und das müssen die auch lernen. Und zweitens, macht nichts nur für andere. Gar nichts. Das Leben ist zu kurz, um von der fremden, weiß ich nicht, beigen Mutti auf dem Spielplatz für gut befunden zu werden. Ja, nee, also das heißt nicht, dass man nichts für andere tut, sondern du meinst jetzt, macht nichts, um irgendwie anderen zu gefallen oder weil ihr der Meinung seid, dann denken andere besser von euch. Das ist scheißegal, was andere von euch denken. Genau so, sorry, so meinte ich das ja. Genau. Also im Endeffekt, ich glaube, was man auch nicht vergessen sollte, die meisten Menschen lernen eh auch gar nicht durch, dass man ihnen irgendwas sagt, sondern eigentlich, also ich kenne sehr wenig Menschen, die nicht auch selbst die Erfahrung machen müssen. Zumindest brauchen sie ähnliche Erfahrungen, um da das abzugleichen. Das heißt, wenn euer Kind zum Beispiel lernt, dass ihr gut auf die Bedürfnisse achtet und in der Regel Nein sagt, wenn eurem Kind etwas nicht gut tut, dann wird es diese Erfahrungen abgleichen und es wird ihm leichter fallen, auf euren Nein zu hören. Aber manchmal muss euer Kind einfach auch eigene Erfahrungen machen. Zum Beispiel gestern hatten wir so eine Situation, unser Kind macht ja Kung Fu und er hat jetzt so einen Kung Fu Anzug bekommen und unser Kind ist aber sensorisch ein bisschen sensibler als andere Kinder und gerade neue Kleidung, er trägt die sehr gerne und sehr oft, aber es ist manchmal schwierig für ihn, wenn die sich halt dann beim zweiten Mal anziehen, zum Beispiel anders anfühlt als beim ersten Mal, was ja aber bei Kleidung häufig so ist, dass die sich nicht immer gleich anfühlt. Es war spät nach dem Abendessen und er wollte seinen Kung Fu Anzug nochmal anziehen und ich wusste ganz genau, wenn ich das jetzt erlaube, wird er einen Wutanfall bekommen, weil er ist müde, sensorisch ist Sense. Aber ich wusste auch, wenn ich es nicht erlaube, wird er auch einen Wutanfall bekommen. Und quasi, wenn ich es nicht erlaube, bekommt er einen Wutanfall, weil ich es nicht erlaube und kann dann die Erfahrung nicht abgleichen oder beziehungsweise, also ich wusste einfach, es wird so oder so passieren. Und dann dachte ich, okay, dann lasse ich ihn die Erfahrung machen, damit ich ihm später sagen kann, guck mal, du warst schon müde, jetzt ziehst du den aus. Und es hat tatsächlich auch gut funktioniert. Also er hat ihn angezogen, hat einen Wutanfall bekommen, ich habe die Gefühle begleitet und meinte zu ihm so, hier ist dein Schlafanzug, ich lege den dir hin, ich werde jetzt die Küche aufräumen. Ich denke, es ist keine gute Idee, dass du diesen Anzug weiter anhast und du solltest dich jetzt schlaffertig machen, weil du bist müde, ich merke das. Ich kann dich aber nicht dazu zwingen, sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, dann ziehe ich dich um. So. Ja. Fünf Minuten später kam er zu mir, Mama, jetzt möchte ich meinen Schlafanzug anziehen. Ohne Wutanfall, ohne Drama. Den Wutanfall hätte es eh gegeben. Ich wusste, den würde es geben. Es war egal. Aber es war mir wichtig, dass er die Erfahrung machen kann und merken kann, Mama ist für mich da. Ja, wir müssen Kinder eben auch Erfahrungen machen lassen und wir können ihnen halt auch nicht alle Erfahrungen verwehren. Das können wir eh nicht. So, was ist das für ein Anspruch, dass wir, das wäre ja der Anspruch, dass wir Kinder 100 Prozent kontrollieren können mit unseren Worten. Funktioniert eh nicht und das ist auch okay, weil Kinder müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, Menschen müssen halt Fehler machen und man lernt aus Fehlern. Das ist bei Kindern auch nicht anders. Deshalb, ja, im Zweifel, ey, kann man Kinder einfach Erfahrungen machen lassen, wenn es geht. Ja, und das ist auch nichts Negatives. Das finde ich sehr sinnvoll. So, so konnte er jetzt mehr draus lernen, als hättest du einfach nur Nein gesagt. Vor allem hätte ich Nein gesagt, dann hätte er Nein gesagt zum Schlafanzug anziehen und ich hätte wieder irgendwie mich über ihn wegsetzen müssen. Ja. Und so war es einfacher. So konnte ich quasi mit ihm kooperieren. Ich wusste, ich werde sowieso Gefühle begleiten müssen. Das war schon vor dem Abendessen klar, dass es nach dem Abendessen eh nochmal einen Wutanfall gibt. Und ich konnte das halt so einfach, ich habe mit ihm kooperiert, danach hat er mit mir kooperiert. Das war einfach, so funktioniert es. Ja, voll cool. Ja. Dann, glaube ich, wir sind durch mit der Folge jetzt, oder? Ja, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, habt verstanden, warum wir finden, dass ein Nein ein super wichtiges Wort ist. Wollen wir noch kurz ein paar Phrasen reinschmeißen, die man sagen kann anstatt Nein? Warum? Warum? Ich glaube nicht. Warte mal kurz. Lass mich drüber nachdenken. Ich muss mir das überlegen. Ich bin mir nicht sicher. Das ist meine Phrase. Nein, mir fällt gerade keiner mehr ein. Boah, keine Ahnung. Lass mich kurz drüber nachdenken. Gut, das läuft jetzt wieder aufs Reiche hinaus. Wir drehen uns im Kreis, aber irgendwie sowas. Genau. Und übt das einfach vielleicht, dass ihr, bevor ihr generell Antworten gebt, einfach kurz im Kopf. Bis fünf zählt. Weil dann seid ihr schon wieder im Bewussten und nicht im Impuls. Achtsame Kommunikation ist das. Okay, ja. Schön. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und euch gefällt unser Podcast. Wenn ja, dann gebt uns Fünf-Sterne-Bewertungen, teilt und macht irgendwas Tolles. Folgt unserem Podcast. Folgt unserem Podcast, ja. Es gibt jetzt übrigens auch ein Mutti ist die Beste Instagram, offizielle Instagram und TikTok-Seite. Sucht einfach mal Mutti ist die Beste und folgt. Und ihr könnt da auch dann eure Nachrichten hinschreiben. Also schickt die am besten dahin, wenn die mit dem Podcast zu tun haben. Das ist immer super. Dann schickt euer Feedback dahin, schickt eure Ideen dahin. Jetzt gerade auch, es wurde sich das Thema gewünscht, Großeltern und Generationskonflikte. Finde ich auch mega geil. Schreibt uns mal, ob ihr Bock auf das Thema habt. Kann ich mir gut vorstellen. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.